Leute, es gibt einen Teaser für die neue Battle Royale Map District. Die wurde schon vor Ewigkeiten geleakt, aber ein offizieller Teaser von Respawn seit Season 19 Beginn. Der wurde jetzt erst entdeckt und ich möchte ihn euch zeigen, bestätigt das District tatsächlich als Map kommt. Ich habe es gerade im Livestream auf YouTube und Twitch der Community gezeigt. Jetzt hole ich hier nachträglich das noch nach, logischerweise, und zeige euch, wo ihr den findet und blendet den noch einmal mit der Krypto-Drohne ein. Ich berate euch, nehmt ein Krypto, aktiviert die Drohne und dann fliegt ihr hierhin, wo ich das euch jetzt zeige, zu Peilen müsste der Ort heißen, der Watson Spot. Hier spulen wir noch ein bisschen rein, damit das hier nicht so lange dauert. Und dann sucht ihr einer dieser Gebäude auf der oberen Plattform auf, wo ihr reingehen könnt, wo ihr die Tür wieder zumachen könnt. Da musste ich erstmal orientierungstechnisch gucken, wo genau ist es. Kurz noch ein Fight mit der Elster und dann ist der Pathfinder weg. Und dann wollte ich für die Aufnahme nur schnell noch diesen Raum finden. Ich bin natürlich eigentlich fast schon daneben gelandet und habe es nicht gerafft. Also hier geht er rein, aktiviert die Drohne und da habt ihr schon den Teaser. Fliegt da ran und da ist es. Da steht es groß und deutlich. E-District-View und es zeigt quasi so ein bisschen die Sicht. Moment, ich mache das einfach mal zurück. Wo ist denn mein Hintergrund? Moment, bin ich bescheuert? Ja, das zeigt so ein bisschen eigentlich die Sicht, so wie ihr Stormpoint hier seht, so ist die Sicht. Ich habe jetzt mal ein Screenshot aus der Krypto-Drohne gemacht. Man sieht es natürlich nicht so gut. Es ist halt nur ein kleiner Teaser, aber oben links seht ihr auch den Namen District Hell aufleuchten. Und man erkennt auf jeden Fall eine Map, wo verdammt viel zugebaut ist, würde ich jetzt mal sagen. Moment, ich würde mal sagen, man sieht hier schon fast mehr im Standbild, zumindest ein bisschen klarer als mein Screenshot. Kann das sein, wenn wir hier so ein bisschen rangehen? Macht euch mal den Spaß, wenn ihr jetzt vielleicht noch ein Sniper-Visier habt, ein Zehnfach-Visier und zoomt da komplett rein, seht ihr wahrscheinlich noch mehr. Man könnte fast schon sagen, dass die Maps irgendwie miteinander verbunden sind, Stormpoint und diese District-Map, was natürlich keinen Sinn macht, wahrscheinlich. Aber je kleiner es wirkt, desto klarer wirkt das Bild, aber man sieht es halt umso schlechter. Ja, man sieht schon, das sieht echt extrem zugebaut aus. Viele POIs, wenn du hier mal guckst, schräg unten links ein Riesenspot an den Rändern, extrem viele Spots. In der Mitte sieht es aus, als wäre ein riesengroßer Turm. Mehr kann man hier aber auch nicht erahnen. Denn Leute, das ist die neue Map und das lässt mich vermuten, dass wir tatsächlich in Season 20 dann wirklich die neue Battle-Royale-Map bekommen. Die hätte ja eigentlich in Season 19 kommen müssen, aber dann sollte ja eigentlich ein Engine-Update kommen, was ja stillschweigend einfach gar nicht gekommen ist. Was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen müssen wir mal abwarten, ob das Engine-Update vielleicht auch zum Geburtstagsevent, zum fünften Geburtstag Anfang Februar kommt. Ich glaube, am 4. Februar wird Apex fünf Jahre alt. Und was gibt es Besseres, als den fünften Geburtstag zu feiern mit einer neuen Battle-Royale-Map? Und ich denke auch, wenn wir dann wirklich wieder diesen Zyklus einbehalten, so war es ja immer, jedes neue Jahr im November haben wir kurz vor Ende des Jahres eine neue Map bekommen. Und dieser Zyklus wurde ja jetzt erstmalig unterbrochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die den Zyklus jetzt natürlich bewusst oder passend so verschieben, dass wir immer zum Geburtstag eine neue Map kriegen. Das wäre natürlich eine echt feine Sache, aber irgendwann denke ich, wird es auch mal Schluss mit neuen Battle-Royale-Maps sein. Oder die Rotation ist halt einfach nicht mehr ganz so geil. Leute, was sagt ihr? Fliegt mal hin, schaut es euch mal an und dann bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Haut rein. Ciao.